Hallo, hier ist Rangu. Wir sind eine multinationale Kooperation, spezialisiert in der Katering- und Hospitalitätsindustrie, mit über 50 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants, in unserem Kanal, viele Lösungen für Sie. Folle uns jetzt. Vollständig gegart, gut durchgebraten, vollständig gegart ohne etwas rosa oder leuchtend rote Farbe. Das Innere sollte grau sein. Das Fleisch schmeckt eher holzig und weniger saftig. Geeignet für Personen, die kein rohes Fleisch essen können. Soße für Steak. Béanese, eine klassische französische Steak-Soße, die mit Eigelb, Butter, Schalotten, Weißwein, Essig und Kräutern hergestellt wird. Cremige Pilz-Soße, Pilz, in der Regel aus Pilzen, Knoblauch, Thymian, Wein und Sahne hergestellt, ist dies eine Soße, die jeder bevorzugt. Schwarze Pfeffersoße, Pfefferkörner, zerstoßener Pfeffer gekocht und gerollt. Zubereitet mit Schalotten, Rinderknochenbrühe, Brandy und Sahne oder Rotwein. Rotwein-Soße Rotwein, super einfach. Rotweinsaft, Butter, kleine Zwiebeln, Knoblauch und Thymian. Rinderknochenbrühe konzentriert. Bordelais, eine typische französische Soße aus der Region Bordeaux in Frankreich. Es handelt sich um Rotwein, Knochenmark, Butter und Schalottensaft. Senf-Senf, Blauschimmelkäse und Kräutercreme. Passt sehr gut zu Steak. If you are interested in our videos, remember to follow us. Ranggook more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.